Hallo, 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 wir machen heute einen Dreier und in diesem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Berlin Babel Podcast. Heute, wie gesagt, in einem wunderbaren Dreier. Fantastisch, eine neuere Variante, nicht schlecht, gefällt mir. Ja, es hat irgendwie sowas wie Warwalks in den Open. Einfach mal neue Sachen ausprobieren. Irgendwas Unerwartetes, was Fritz gesagt hat, was nie stattfinden wird? Und hinten raus tut es weh. Wenn es hinten weh tut, soll man vorne aufhören übrigens. War in jeglicher Hinsicht definitiv eher ernüchternd, aber die einzige gute Sache an dem Workout war, A, ich bin klein, B, man musste sich bei dem Workout nicht bewegen. Also war es echt gut geeignet für medium-dicke kleine Leute. Und weniger gut für Stelzen-Stefan. Ja, ich habe auch ein Video gesehen von Zach George und der ist ja wirklich krank fit. Hast du das Video gesehen, wie er seine Flasche... Und sie nicht ganz trifft und dann untermartert es mit dem Meme oder was ist das mit dem Sound, ja, ja. Aber das sieht man wieder, wie cool es auch ist, wenn man sich einfach mal nicht zu ernst nimmt dabei, wenn man vielleicht selber mal was nicht so auf die Kette bekommen hat, wie man sich das gerade wünscht. Kurzes Intro heute. Wir sind zu dritt. Ja, wir machen heute einen Dreiergespann. Und dementsprechend haben wir leider auch nur unterschiedliche Mikrofone. Ich gehe davon aus, man merkt das nicht. Sollte es jemand merken, ja, wir können nichts dafür. Es sei denn, ihr schickt uns ein weiteres Mikrofon oder noch eins. Ja, Adresse findet ihr im Impressum der Internetseite. Danke. Super. Gut. Wir hatten noch nie einen Podcast zu dritt hier in der Runde in dieser Location in diesem Video. Also wenn ihr das Video nicht seht auf YouTube, dann geht da mal schnell rüber und guckt uns an hier. Sieht richtig gut aus. Also bis auf die beiden links und rechts von mir. Das Thema, das wir vor zwei Wochen angesprochen haben, war, ist Krafttraining. Das beste Training, um nachhaltig schmerzfrei zu leben. Soweit ich mich erinnere. Könnt ihr das bestätigen? Das ist richtig. So richtig. Okay, dann fangen wir damit an. Los geht's. Gut. Alles klar, fangen wir an. Wir sind zu dritt. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen delegieren. Delegieren. Sebastian. Ja, ich sage ein ganz klares, auf jeden Fall ist das so. Und zwar, warum ist dieses Ganze so? Da gibt es eine kleine Geschichte, die ich dazu bringen kann. Ein Kumpel von mir macht sehr viel Krafttraining, grundlegend. Also wirklich sehr, sehr viel, nicht nur Ausdauer, sondern wirklich sehr viel Krafttraining. Und ist mit dem Fahrrad gestürzt. Ja, also hat ordentlich einen Autounfall gehabt mit dem. Und ist mit dem Ganzen sehr gut davongekommen. Und er Revue passieren lassen hat das Ganze. Hätte er nicht so viel Krafttraining gemacht das Ganze, würde es ihm nicht so gut ergehen dadurch. Weil er durch seinen passiven, aktiven Apparat, den er hat, das so gestärkt hat und so stabil war, dass er das Ganze problemlos überstanden hat. Und so als kleinen Content reinzubringen, dass das Krafttraining ihn erstens sowieso gesünder hält, aber ihn auch sozusagen dafür bewahrt hat, schlimmere Verletzungen davon zu tragen. Das so jetzt mal zu meinem Content dazu. Was war denn die Diagnose des Fahrradunfalls, außer dass ihm der Fahrradführerschein vielleicht weggenommen wurde? Fahrradführerschein? Nein, erstens hat der Autofahrer eine richtig fette Strafe gekriegt. Und zweitens, dass er ein neues Fahrrad brauchte, weil das völlig hin war. Und drittens, er hat nur eine leichte Schulterverletzung gehabt. Also es war, die Bänder waren halt grundlegend hier oben im rechten Schulterbereich, waren halt die Rotatormanschetten ein bisschen verkrampft. Ist der vielleicht auf die rechte Schulter gefallen? Nee, er ist auf den Kopf gefallen. Natürlich ist er auf die rechte Schulter. Nee, und aufgrund dessen nur ein paar Schürfhunden, das war es dann auch schon. Das heißt also, er hatte wirklich Glück gehabt in der Hinsicht. Aber ich sage aufgrund dessen, und er auch, dass er so viel Krafttraining gemacht hat. Also ich wünsche Fahrradfahrern in Berlin, die ohne Helm fahren und dann bei Rechtsabbiegern immer auf ihre Vorfahrt bewahren, dass sie auf den Kopf fallen. Gut, er trägt aber auch einen Helm. Vorbildlich. Und er fährt auch nicht durch die Stadt, oder? Doch, er fährt durch die Stadt. Immerhin ist es richtig. Ich bin ja mal eine Zeit lang auch für so Essen, Auslieferdienste gefahren, die gerne ihre Fahrer durchaus ein bisschen unter, ich sage jetzt mal, lieferantenwürdigen Bedingungen fahren lassen. Ich habe ein paar Sachen gesehen, wie Menschen gedacht haben, okay, da ist ein LKW, ich habe Vorfahrt, hört man ja immer wieder an Berlin, dass dann Menschen vielleicht auch mal dem Ableben ein bisschen näher kommen. So einen Helm zu tragen, macht manchmal richtig viel Sinn. Gerade wenn man der Meinung ist, dass das Recht mehr wert ist als das eigene Leben und die eigene Gesundheit. Aber das ist ein gutes Beispiel, wenn man sagt, okay, jemand war relativ nah an längeren körperlichen Schäden. Gerade so ein Fahrradunfall ist, glaube ich, auch das beste Beispiel dafür, wie man irgendwie ganz schnell, ganz böse sich wehtun kann. Weil ich meine, so Asphaltboden ist nicht so der angenehmste Gegner und Fahrzeuge in der Regel auch nicht. Je nachdem, ich meine, drei Räder gehen noch, aber so Autos wird meist relativ schwierig. Niko, ich meine, Niko war ja mal, Niko hat ja einen Stern, stimmt's? Den konntest du dir mal auf die Schulter kleben. Was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Was, äh, was? Was willst du jetzt von mir? Niko war bei der Polizei. Ja, ja, aber da kann ich jetzt nicht wirklich von irgendwelchen Erfahrungen sprechen, die da das Thema irgendwie tangieren würden. Also, schade. Kann ich jetzt nicht aus Ersterland berichten. Ich kann dir ganz viel darüber berichten, dass Leute sich vom Hochhaus gestürzt haben und dass da die Muskulatur nicht ausreichte, um entsprechend schlimmere Verletzungen, ja, quasi entsprechend zu verhindern. Aber Fahrradangelegenheiten nicht in erster Linie mitbekommen. Ich meinte jetzt generell, aber das, also. Merkst du selbst, war eine doofe Frage, oder? Nö, ich finde eigentlich jetzt in der Idee, wenn man überlegt, okay, sie hätten ja den, sie waren eigentlich gut auf den Selbstmord vorbereitet, indem sie nicht Krafttraining gemacht haben. Kann man so auf jeden Fall sagen, ja. Es gab ja mal die Geschichte, dass jemand, dass ein Fallschirmspringer aus dem Flugzeug gesprungen ist und beide Fallschirmer haben sich nicht geöffnet und er hat überlebt, weil er auf einem Busch gelandet ist an der Wüste. Ja, ja, ja. Also, lag vielleicht dann am Busch oder an der Muskulatur, aber… Oder aus einem Zusammenspiel aus beidem. Genau, aus allem. Jedenfalls gibt es ja auch Menschen, die überleben, wenn sie sich vom Hochhaus stürzen. Die sind meistens danach nicht viel glücklicher als… Der ist selten davon. Gut, das ist jetzt auch nicht das Thema, sondern es geht ja hier wirklich um Gesundheit. Jetzt haben wir relativ viel über Krankheit gesprochen. Das Schöne ist ja, oder das Wichtige an dem Thema, wie schön das ist, kann man ja selbst bewerten, dass Krankheit ist ja einmal abhängig von, was sieht man als Gesundheit? Und Gesundheit ist immer abhängig davon, wann ist es nicht mehr gesund, sondern krank. Also, war jetzt ein relativ makaber Einstieg. Ich weiß nicht, wer noch zuhört, aber das merken wir auch immer wieder. Sebastian arbeitet auf der Intensivstation. Nico hat auch da gearbeitet, wo man ab und zu mal Wohnungen besichtigen musste, wo vielleicht schon ein paar Tage jemand rumlag und dann… Eins mit dem Boden, mit dem Teppich geworden ist. Genau, und den anderen Parasiten im Raum. Und das Interessante oder das Wichtige zu sehen ist ja, Gesundheit ist immer abhängig von dem Gegenpart. Glück immer von Pech und dem Ganzen dementsprechend ist natürlich auch, ist das beste Training, bla bla bla, für was auch immer. Abhängig davon, okay, aus welcher Perspektive betrachtet man das jetzt. Wenn Sebastian auf der Intensivstation ins Zimmer reinkommt und dann steht er da irgendwie mal in einem Liter Blut rum. So, die Person ist relativ weit von Gesundheit entfernt und genauso ist eine Person im Moment eines Fahrradunfalls relativ weit von Gesundheit entfernt. Nur, dass die Ausgangspunkte von der Situation davor, wo sie wesentlich näher an Gesundheit war, trotzdem nochmal ein Unterschied. Und so ist es auch mit der Frage, ist Krafttraining irgendwie das beste Tool dafür, nachhaltig, schmerzfreund, gesund zu leben. Weil darauf kann man natürlich immer mit Ja antworten und darauf kann man auch immer mit Nein antworten. Das ist immer nur die große Frage, wen man betrachtet. Betrachtet man einen Strongman, der irgendwie Strongman Champions League unterwegs ist, der wiegt 150, 160 Kilo, dessen Körper ist speziell dafür ausgebildet, Krafttraining und schwere Lasten zu tragen. Der hat sicherlich ein paar Probleme. Der ist auch voll bis oben hin mit allen Substanzen, die dafür sorgen, dass man mal 160, 170 Kilo wiegt und so viel trainieren kann. Und da kann man auch nicht mehr davon sprechen, dass das Krafttraining bei ihm irgendwie dafür sorgen würde, dass er nachhaltig gesund lebt, sondern das Krafttraining sorgt bei ihm dafür, dass er nachhaltig körperliche und vielleicht sogar noch viszerale, also Schäden an den inneren Organen mit sich tragen wird durch das Nehmen von, ja, wie nennt man das, Stimulantien, Wachstumshormonen, anderen Präparaten, die dafür sorgen, dass er in diesem Sport auf dieses Level kommt. Und dann gibt es die Gegenseite von Menschen, die jetzt gerade so im hohen Alter nicht mehr belastbar sind. Sie können den Einkauf nicht nach Hause tragen. Sie haben Probleme dabei, ihre Wohnung zu putzen. Sie haben Probleme dabei irgendwie mit den Enkeln zu spielen, wo man dann spekulieren könnte, okay, hätte die Person jetzt oder auch nur vor 5, 6 Jahren angefangen, wieder Muskulatur zu trainieren, den Körper zu benutzen, wäre die Lebensqualität quasi aus einer gesundheitlichen Aspektive da mehr. Das Wichtige ist jetzt, wo steigen wir ein? Und da würde ich jetzt gerne erstmal irgendwie so ein Fallbeispiel finden, um darüber sprechen zu können, weil in der letzten Episode haben wir, glaube ich, darüber gesprochen und es war die große Frage, muss man eigentlich immer trainieren und muss man sich eigentlich immer in diese unbequeme Situation begeben, dass man jetzt irgendwas macht mit dem Selbstzweck, dass man gerade dann etwas besser wird. Und das ist ja eigentlich die philosophische Frage zu Beginn, die jetzt hoffe ich dann auch zu was führt, was für alle ein cooles Ergebnis ist. Also grundsätzlich würde ich erstmal klären wollen, warum Krafttraining denn einen positiven Aspekt oder Benefit bringen könnte für ein gesundes Dasein so gesehen. Und du hattest das gerade mal angesprochen, die Strongman, wo das offensichtlich nicht der Fall ist. Ja, I love Strongman. Und auch entsprechende Patienten in einem Krankenbett, die sich kaum noch bewegen können. Müssen wir jetzt erstmal klären, was passiert denn beim Krafttraining. Und beim Krafttraining müssen wir mal gucken, dass wir ja in erster Linie die Muskel stärken und die Muskeln ja in erster Linie wiederum Gelenke bewegen sollen, aber auch dazu dienen entsprechend irgendwie, wenn wir mal einem Sturz ausgesetzt sind. Wenn wir irgendwie mal einen Ball abbekommen, beispielsweise in der Bauchgegend oder dergleichen, dass diese dann entsprechend schnell auf Spannung gehen können und auch gewissermaßen als so ein Dämpfer dienen. Dämpfer dienen bei Stürzen, Dämpfer dienen, wenn ich mal einen Schlag abbekomme, als Dämpfer dienen, wenn ich mal irgendwie beim Spielsport oder bei einem Fahrradunfall entsprechend ich auf einen Gegenstand treffe oder der Gegenstand auf mich trifft und ich dann nicht komplett kollabiere und meine Gelenke diese gesamte Schiene oder die gesamte Sache entsprechend kompensieren müssen, sondern vorher die Muskulatur entsprechend sichernd für meine Gelenke, also möglichst sichernd für meine Gelenke entsprechend da sind und den Aufprallschaden oder den Aufprall allgemein die Kraft irgendwo absorbiert. Da möchte ich jetzt weiterleiten. Genau, also wenn ihr jetzt perfekt vorbereitet sein würdet auf euer nächstes Flanky-Ball-Turnier, auf Ballermann 6, ja, wieder mal wirklich performen würdet und vorbereitet sein würdet, wenn der wieder mit 3-8 im Turm irgendwie gegen die Mauer knallt, da, ich weiß nicht, ob du schon mal am Strand warst, in Mallorca, im Ballermann, da gibt es ja so... Nicht, die geht am Ballermann, ich war mal, wie hieß das Ding, woanders auf jeden Fall. Caloradiada? Ne, auch nicht Caloradiada. Ne, mehr kenne ich auch nicht. Jedenfalls, wer das kennt, also die ganzen Handballer, die mich kennen, die wissen eigentlich. Ja, ja, ja. Liebe Grüße an Jerry. So, in diesem Sinne, gehen wir da mal rein, ne, von Anfang an, was passiert eigentlich das Entscheidende? Um es ganz kurz zu fassen, wir haben einen Körper, unser Körper besteht aus mehreren beweglichen und unbeweglichen Teilen. Die unbeweglichen Teile sind Knochen, ja, und alles das, was Knochen zusammenhält, ist entweder eine mehr oder weniger unbewegliche Knobbelstruktur, ne, das gibt dann auch Gelenke, die sind mehr oder weniger fast schon knöchern, ne, die sind sehr, sehr hart und sehr schwer zu bewegen. Unter anderem, ein so ein Gelenk wäre zum Beispiel unser ISG, ne, unser ISG ist ein sehr, sehr schwer bewegliches Gelenk, aber es ist ein Gelenk, es hat sehr wenig Bewegung, aber es kann bewegt werden und kann vor allem auch, ne, hier denken wir so an Chiropraktik, auch manipuliert werden, ne, das kann auch knacken, so. Iliosakralgelenk, du musst den Leuten auch sagen, was das ISG vielleicht ist. Nicht jeder kennt diese Abkürzungen, ne. Genau, aber Iliosakral versteht jetzt jeder. Ja, Iliosakralgelenk. Das ist euer Gelenk zwischen Wirbelsäule und eurer Beckenpfannen, ne, das ist da hinten im unteren Rücken, das nennt man übrigens das Kreuz. Bein. Das ist auch ein anderer Knochen, aber immer nett ist das Kreuz, die Verbindung zwischen bla bla, ist egal. So, kommen wir weiter und dann gibt es bewegliche Gelenke und bewegliche Gelenke werden in unserem Körper gegen die Schwerkraft bewegt durch Muskeln. Unser Gehirn sorgt dafür, dass wir um irgendeinen motorischen Ablauf, also eine Bewegung durchführen zu können, dass mehrere Muskeln in einer folgenden Kette kontrahieren dafür, dass irgendeine Bewegung zustande kommt, ja. Genauso, wenn man irgendwie dumm rumzuckt wegen irgendwas, sich erschrickt oder wenn man jetzt sagt, man will in den Fußball treten, um, keine Ahnung, beim Arschputten irgendwie jemandem den Bein in den Arsch zu schießen. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Muskulatur zu trainieren, darin mehr Kraft zu haben, bedeutet dem Gehirn eigentlich beizubringen, mehr Muskelfasern eines Muskels oder einer Muskelkette mit weniger Impulsen gleichzeitig kontrahieren lassen zu können. Das ist wichtig für den Kontext und immer wieder zu verstehen, was Krafttraining eigentlich bedeutet, weil die Grundlage von Krafttraining ist, die Fähigkeit zu verbessern, Muskelfasern gleichzeitig kontrahieren zu lassen. Das findet man im Bereich Mobility wieder, das findet man im Bereich Maximalkraft wieder und das findet man auch im Bereich, ich sag jetzt Beweglichkeit, aber auch Ausdauer wieder, weil all das, da spielt überall Maximalkraft eine Rolle, die sehr, sehr wenig irgendwie in den Kontext gezogen wird. Ein Teil von besser darin sein, Muskelfasern kontrahieren zu lassen und stärker zu sein, ist natürlich auch, dass man die Muskelfasern, die man hat, in ihrem Querschnitt vergrößern kann. Das heißt, man kann dafür sorgen, dass einzelne Muskelfasern größer werden und dadurch auch die gesamten Muskelbäuche, denken wir mal an unsere Oberschenkelmuskulatur, die könnten mehr sein. Es gibt Menschen wie Nico, bei denen ist das eher so auf Niveau Unterarm und dann gibt es Menschen mit richtig dicken Beinen, die haben meistens auch relativ viel Kraft darin. Und das sagt aber auch gar nicht erstmal viel darüber aus, wer davon jetzt stärker ist. Es gibt Athleten, die haben sehr dünne Beine und haben wahnsinnig viel Kraft. Gucken wir uns mal viele Gewichtheber an in relativ niedrigen Gewichtsklassen und dann gerade so mal die östlichen Länder, da sind viele dabei, die machen Clean and Jerk mit dem Dreifachen ihres Körpergewichts. Und dann auch nochmal, das ist halt immer noch so 25 Kilo über meinem ungefähr oder 20 Kilo und die wiegen die Hälfte von mir. Und sehen sie aus wie ich? Ne, die sind zwei Köpfe kleiner als du. Aber ich meine Beinumfang. Genau, die Beinumfänge sind sehr, sehr wenig. Auf der anderen Seite gibt es dann Bodybuilder, mein Lieblingsbeispiel. Bodybuilder haben meistens ein extremes Interesse daran, Muskelquerschnitt zu vergrößern, damit es gut aussieht, haben aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Powerliftern, das sind die im Fitnessstudio, die immer mit ihrem Heft da sitzen, immer was aufschreiben, dann machen sie einen kurzen Exorzismus, bevor sie an die Stange gehen, dann heben sie was hoch, lassen es wieder fallen, machen ihren Gürtel auf, legen den weg, setzen sich hin und schreiben wieder was in ihr Heft. Das sind die Powerlifte. Und ab und zu riechen sie noch an so einer Tube. Genau, wir haben auch Riechsalz hier inzwischen. Haben wir? Schon gesehen? Das nehme ich immer, wenn ich mich gerade nicht kurz zu trinken kann. Egal. Ekelhaft. Die sind aber viel, viel besser darin, die Muskelfasern, die sie haben, gleichzeitig kontrahieren lassen zu können und können mehr Gewicht bewegen, in der Regel, obwohl sie viel weniger Muskelquerschnitt haben, als jetzt zum Beispiel die, die primär Hypertrophietraining machen. Und diese Dinge, die drei Sachen, die ich gerade gesagt habe, Muskelquerschnitt und Maximalkraft in Relation zu wie viel Gewicht kann man bewegen, ist jetzt wichtig, um die Frage zu beantworten, ist Krafttraining das Beste, um nachhaltig irgendwie gesund leben zu können. Eine wichtige Sache, die noch dazu kommt, damit man trainieren kann, damit man seine Muskeln kontrahieren lassen kann und nicht gleich K.O. ist nach der ersten Kontraktion, ist es relativ wichtig, dass unser Herz-Kreislauf-System in der Lage ist, Sauerstoff über die Lunge aufzunehmen, über das Herz in den Blutkreislauf zu bekommen und mit anderen stoffwechselrelevanten Stoffen in den Muskel zu bekommen, damit wir immer wieder kontrahieren können oder Muskulatur regenerieren lassen können, wenn Training vorbei ist oder innerhalb des Trainings. Das ist die dritte, ganz, ganz wichtige Komponente. Und an dem Punkt können wir jetzt einsteigen, zu erklären, warum, wieso, weshalb macht Krafttraining fast immer Sinn, kommt nur auf die Variation an. Sebastian. Ich würde sagen, grundlegend hat man ja auch immer das Outcoming gesehen. Wenn die Leute zum Beispiel krank waren oder sich verletzt haben, war das Outcoming einfach besser, wenn sie vorher viel Sport oder viel Krafttraining gemacht haben. Beispielsweise auch, ich sehe das an meinem Bruder, der war halt Diagnose, also kaum noch Meniskus, also beide Seiten, kaum noch Meniskus und hat halt grundlegend Schmerzen erarbeitet in der Gastro mittlerweile und man weiß halt viel Laufen hin und her und das hat halt immer geschmerzt. Irgendwann habe ich mit ihm angefangen, ein bisschen, er ist Laufen gegangen, also Joggen erstmal grundlegend, aber das hat auch sehr weh getan. Dann haben wir angefangen, einfach grundlegend seine Beinmuskulatur zu stärken, zu kräftigen, auch mit Gewichten. Erstmal nur körpereigenes Gewicht, dann ein bisschen mit Gewichten, das heißt so ein bisschen grundlegend, alles was Quadrizeps und rumherum, einfach das Knie zu stabilisieren. Das hat er dann auch gemacht, hat das eine ganze Weile getan und siehe da, seine Kieschmerzen sind einfach weniger geworden. Und wenn er jetzt sich ab und zu mal auf Arbeit überlastet oder so, tut das natürlich dann weh, aber das Outcoming ist einfach besser. Er braucht einfach nicht mehr so lange, um wieder in den Alltag zurückzukommen. Das hat einfach gezeigt, Krafttraining hat ihm geholfen, erstens sein Gelenk, sein Kniegelenk zu stabilisieren und schmerzfrei durch den Tag zu gehen und seinen Alltag einfach besser zu bewältigen. Paradebeispiel, mein Bruder auf jeden Fall. Sehr fair, definitiv. Ja, wenn man sich das auch so betrachtet, möchte man dann mit dem Krafttraining auch einfach nur die Gelenke entlasten und diese entsprechend über die Muskeln bewegen. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man einfach einen, es ist auch immer dann perspektivisch, was für eine Tätigkeit man jeden Tag ausführt, ob man Kerner ist und sehr viel auf den Beinen steht, ob man zum Beispiel joggen geht alle zwei, drei Tage oder ob man vielleicht einfach nur am Desktop sitzt. Ist natürlich dann auch wieder relevant, wie sehr man Krafttraining dann entsprechend auch ausführen sollte. Aber grundlegend ist es ja einfach nur deinesprechend wichtig, wie sehr der passive Apparatur also alle Wirbel beziehungsweise alle Knochen etc. von der Muskule unterstützt werden. Und es ist immer besser, wenn man eine starke Muskulatur hat, die die Wirbel und die Knochen allgemein den passiven Apparaten entsprechend unterstützt, wie wenn man halt weniger hat. Ganz einfach. Wollen wir das kurz erklären? Erzähl. Und los. Okay, ich rede langsam. Wir haben ja grundsätzlich immer bei einem Gelenk haben wir zwei oder mehr Knochenteile, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen und durch Bänderstrukturen innerhalb einer Kapsel. Also wir haben oben jedes Gelenk. Zu einem Gelenk gehören Gelenkflächen, Gelenkzwischenräume und eine Gelenkkapsel. Die Gelenkkapsel bildet sich in der Regel aus Bändern. Wenn wir zum Beispiel ans Knie denken, man sagt ja bei Verletzungen immer, ja, Seitenbänder gerissen oder Innenband gerissen, Außenband gerissen. Man kann sich das nicht so vorstellen als ein Band, sondern es ist ein Zusammenhang aus vielen Faser- und Bandstrukturen, der wie eine Kapsel um das Gelenk quasi rumliegt, damit die Gelenkfläche quasi in einem eigenen, wie ein eigener Raum sich bilden kann, wo die Gelenkflüssigkeit drin ist. An den Gelenkflächen haben wir Sachen wie Knorpel, die sorgen dafür, dass die Gelenkflächen reibungslos aneinander reiben können. Bestes Beispiel ist beispielsweise mein Vater. Mein Vater hat Arthrose vierten Grades in beiden Knien und im rechten Knie und ich mache mit ihm gerade sehr viel Reha-Training und versuche da irgendwie an den Schmerzen zu arbeiten. Reib wirklich Knochen auf Knochen. Das heißt, wenn er das Knie versucht zu bewegen, hört man, man hört, wie das Knie, wie die Knochen auf Knochen reiben. Um das irgendwann nicht zu haben, hilft es, wenn man die Gelenke permanent im richtigen Bewegungsablauf bewegen kann. Das bedeutet, wenn die Muskulatur dafür sorgt, dass ein Gelenk im richtigen Winkel, also die Gelenkflächen in den richtigen Winkeln aufeinander sich bewegen, hat man fast keine oder sogar gar keine Abnutzung, je nachdem, wie der Regenerationsprozess ist. Das Deregenerativ, also der Prozess, wenn das abgenutzt wird, findet genau dann statt, wenn die Muskulatur und die motorischen Abläufe nicht mehr in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass sich das Gelenk richtig bewegt. Bestes Beispiel, Fußballer, Kreuzbandrisse, Seitenbandrisse werden operiert, haben eine durchschnittliche bis schlechte Reha. Ich sage immer, die werden dann zu irgendwelchen Tierärzten geschickt und danach machen sie halt nur noch Schwachsinn mit dem Knie und es wird dann immer nur noch schlechter. Und das Wichtigste dabei ist, dass man den meisten, erstmal, die meisten werden operiert, obwohl es eigentlich gar nicht unbedingt notwendig wäre, das zu operieren, aber das ist ein anderes Thema. Aber wenn sie dann operiert wurden, wird ihnen viel zu wenig beigebracht, die Gelenke wieder so zu benutzen, wie sie benutzt werden sollen. Krafttraining beispielsweise ist ein sehr einfacher Weg, isoliert daran zu arbeiten, einzelnen Muskeln wieder beizubringen, in Anführungsstrichen, das Gelenk richtig zu bewegen, wenn es um die Funktion eines einzelnen Muskels geht. Knie zum Beispiel, der Quadrizeps, der primäre Hüftbeuger und Kniestrecker ist dafür verantwortlich, Hüftbeugung und Kniestreckung durchzuführen. Großes Beispiel. In der Schulter haben wir ein viel komplexeres Zusammenspiel, beispielsweise von Muskulatur und sehr viel mehr Probleme, gerade postoperativ, wenn es darum geht, was passiert nach Operation. Aber das Entscheidende ist, um es einfach zu erklären, Krafttraining gibt uns die Möglichkeit, Muskulatur auf relativ einfachem Weg, koordinativ, meistens nicht so anspruchsvoll, erstmal wieder zu fördern, um an einen Punkt zu kommen, an dem wir erstmal wissen, wie benutze ich vielleicht einen bestimmten Muskel. Da kommen wir aber genau an den Punkt, der wichtig ist. Welchen Muskel trainieren wir wie, trainieren wir warum und trainieren wir beispielsweise auch wann. Ganz entscheidend, ganz entscheidend müssen wir aber erstmal sagen, dass Krafttraining grundsätzlich die beste Basis dafür ist, um jemandem auch eine Perspektive darauf zu geben, dass er wieder die ganze Struktur stärken kann. Für mich ist Krafttraining jetzt in dem Sinne nicht nur, okay, man kriegt mehr Muskeln, sondern es geht auch darauf, okay, kann man messbar machen, dass man in einer gewissen Situation, einem gewissen Muskel oder einem Gelenk halt ganz klar eine Progression haben kann. Es ist sehr einfach, beispielsweise jetzt mit einer Knieverletzung oder mit Kniebeschwerden beim Laufen, jemandem zu zeigen, hey, wenn du besser wirst in einer Kniebeuge, du wirst mobiler und du wirst stärker, hast du auch weniger Schmerzen beim Laufen. Und die ganz einfache Erklärung dafür ist dann letztendlich, okay, du kannst dich besser bewegen, deine Bewegungen haben eine höhere Qualität und das überträgt sich von der Kniebeuge auch aufs Laufen, auch aufs Sitzen, auch darauf irgendwas zu tragen und der grundlegende Gedanke, um ihn auch ganz einfach zu verfassen, wahre einfach, okay, wir müssen deine Muskulatur rund um dein Kniegelenk stärken. Das ist oberflächlich gesehen die einfachste und beste Erklärung für einen Trainer, um anzufangen. Natürlich kann man jetzt und die beiden hier neben mir wissen das, das Ganze noch viel weiter ausführen, aber der erste Gedanke ist schon mal eine gute Motivation dafür, jemandem zu zeigen, hey, wir können hier ganz einfach progressiv, also mit Steigerung, zeigen, dass eine Verbesserung in einem allgemeinen Training eines Muskels, erstmal eine generelle Verbesserung der gesamten Strukturensituation mit sich bringt. Oder? Definitiv, ja. Das sieht man grundlegend auch in den ganzen, weiß ja, heißt, im Alltag oder wenn man alter ist, nicht mehr so viel Krafttraining machen, völliger Blödsinn. Ich sage immer noch, im hohen Alter kann man immer noch wunderbar, also hohes Alter, nehmen wir jetzt einfach mal ein Alter so, 60, 70, Krafttraining. Es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass egal in welchem Alter Menschen anfangen mit Krafttraining und egal in welchem untrainierten Zustand, sie ihre Kraftwerte immer noch potenziell steigern konnten, wenn sie natürlich an einem niedrig, also wenn sie, wir reden jetzt über Untrainierte, die egal in welchem Alter ihre Kraftwerte, ihre Maximalkraft exponentiell steigern konnten, das heißt, sie konnten ihre Werte innerhalb von zwei, drei Jahren verdoppeln und verdreifachen und es gab Probanden, die waren 50, 60, 70, 80 und sogar 90. Und was ganz wichtig zu verstehen ist dabei, man sagt ja, im Alter lernt man nicht mehr neue Sachen dazu und es gab immer diese Theorie, dass unser Gehirn und dass unsere Synapsen nicht mehr in der Lage sind, neue Verknüpfungen herzustellen und die neurologische Plastizität, also die Fähigkeit unseres Gehirns, neue Verbindungen herzustellen, nimmt im Alter ab oder man kann das irgendwann nicht mehr. Das wurde widerlegt. Die Prozesse im Gehirn und die Regenationsprozesse werden langsamer, man hat aber sein ganzes Leben lang, also unsere Gehirnzellen bleiben aktiv und wir können neue Sachen lernen, permanent, das heißt auch, wenn das in unserem Gehirn funktioniert und das steuert den Rest, funktioniert es auch überall anders. Gehen wir kurz zum Knie zurück, wenn Knorpel erstmal weg ist, regeneriert der sich dann aber irgendwann auch nicht mehr, weil aus keinem Knorpel kann man auch nicht mehr keinen Knorpel machen. Aber bestes Beispiel dafür, wenn man im Alter, also wenn man im Alter jemanden hört, der sagt, ich kann kein Krafttraining machen oder mir hat jemand gesagt, ich kann kein Krafttraining machen, sollte man den ganz dringend woanders hinschicken. Ganz eindeutig. Wenn Ärzte schon anfangen zu sagen, sie sollten gar keinen, oder sollten sie bitte diesen Sport lassen oder generell keinen Sport mehr machen, weil sie sind zu alt dafür, dann würde ich demjenigen gleich raten, wechsel bitte den Arzt und zwar ganz dringend, weil wir sehen es immer wieder und wir sehen es sehr, sehr häufig, ältere Leute, die immer, also die wirklich noch weiterhin Krafttraining und Sport haben, die haben einfach ein besseres Outcoming und können, also sind einfach viel fitter, vitaler, besser durchs Leben und man sieht es halt einfach. Ich sehe es selber auch, wenn wir Leute haben, die vorher Sport gemacht haben oder Krafttraining gemacht haben, die kommen einfach, die sind einfach grundlegend, ja, die kommen einfach besser mit ihrem Leben auch einfach zurecht. Ist einfach so. Das ist jetzt nicht so in so einer Philosophie, Sport und hier, nein, richtig, bist du kräftiger, hast du ordentlich Feuerkraftsport getrieben im richtigen Maße, wir wissen ja, Leistungssport ist nicht gesund oder, ja. Leistungssport ist auch nicht nachhaltig gesundheitsfördernd. Deswegen. Also wenn man überlegt, welche Lesuren mein Körper jetzt beispielsweise schon hat im Alter von bald 25 Jahren, kann man auch nicht davon sprechen, dass mein Training irgendwie, also meine Vergangenheit irgendwie jetzt nachhaltig gesund gewesen wäre. Aber es geht auch immer darum zu sehen, wie schätzt man das einen darauf oder wie sieht das aus in 20, 30, 40 Jahren, weil ich jetzt ja beispielsweise auch die Tools habe oder den Erfahrungsschatz habe zu sagen, okay, ich kann irgendwann noch einschätzen, was kann ich machen und was kann ich nicht machen. Desto mehr man sich allerdings kaputt gemacht hat, desto mehr hat man noch aufzuarbeiten. Wir sehen es ja gerade in Sportarten wie CrossFit zum Beispiel. Es gibt Athleten, die fangen erst mit 22, 23 an und sind super krass und es gibt Athleten, die kommen aus einem professionellen Sport und die haben super krassen Background, die haben aber super viele Dinge auch aufzuarbeiten, die haben Probleme, die sie vorher hatten, die auch erstmal gefixt werden müssen und dann trotzdem stehen die beiden Athleten irgendwie auf einem Level. Auch wenn der Athlet vorher vielleicht viel mehr gemacht hat, bestes Beispiel ist zum Beispiel Noah Olsen, ein super krasses Beispiel, der hat ja früher nie richtig Leistungssport gemacht im Vergleich zum Beispiel zu einem Patrick Werner oder so oder einem Brian Falkowski, die ja auch so auf College-Level relativ gut Sport gemacht haben. Bestes Beispiel ist immer dafür zu sehen, okay, Nachhaltigkeit, also die Definition von Nachhaltigkeit ist ja eigentlich, dass es keinen übermäßigen Ressourcenabbau in Relation zu einem übermäßigen Ressourcenaufbau gibt. Das heißt, es gibt keinen Raubbau in der Natur, da kommt das ja primär her, aber auch am Körper. Raubbau würde immer bedeuten, es wird mehr genommen, als sich wiederholen kann und Leistungssport ist ungefähr das perfekte Beispiel für Raubbau. Das ist eins zu eins, aber trotzdem glaube ich, dass Leistungssport und der Gedanke mit dem, was man tut, seine Leistung zu steigern, sich wahnsinnig gut auf alle anderen Bereiche des Lebens überträgt. Dass wir jetzt sagen, zum Beispiel der Vormieter unserer Gymlocation hier, Hanne, 80 Jahre alt, arbeitet immer noch als Sattler, war Profiboxer und ist immer noch ein harter Hund, hat nur Probleme, aber der sagt auch immer, ja, das geht schon, so, ich, das macht mich jetzt auch nicht tot, so. Ich habe da meine Zweifel, ob es ihn nicht, das ist eher die Ignoranz, die wir aus dem Sprich und das nicht wahrhaben wollen. Weißt du noch, die Zyste in seinem Auge, wo er hier ankam, das ist nicht so schlimm, konnte nicht gucken, alles zugequollen, völlig eitrig, niemand hat sich darum gekümmert, haben wir es nicht sauber gemacht oder so, aber der Gedanke dessen, man kann mehr und man kann sich verändern und man kann wieder besser werden, ist immer der Richtige, weil wofür lebt, also das ist jetzt sehr philosophisch, aber wofür lebt man sonst, wenn nicht für die Zukunft, ne, und das ist ja eigentlich egal, wie alt man ist, so, voll eh so, aber auch im Krafttraining ist das halt immer das Wichtige zu sehen. Krafttraining gibt uns die Möglichkeit, unseren Körper weiterzuentwickeln, stärker zu werden, mehr Kraft zu haben und wofür wir mehr Kraft haben wollen, ist ja eigentlich egal, ne, Menschen wie ich sagen, hey, ich will endlich wieder schwer heben, ich will vielleicht nochmal einen Wettkampf machen, ich will vielleicht nochmal stärker werden, nochmal mehr Muskeln aufbauen, dann Sebastian ist an einem Punkt, wo er vielleicht sagt, ja, ich will einfach nur halbwegs gescheit aussehen, ab und zu mal ein geiles Workout haben und will auf der Arbeit keine Probleme damit haben, meinen Job zu machen als Intensivkrankenpfleger und für Nico ist es inzwischen auch so, ja, neue Sachen lernen, neue Skills lernen, Bock haben am Training und auch nicht so ein großer Leistungsgedanke und das Wichtige ist am Ende zu sehen, wenn man mit jemandem über Krafttraining spricht, dann ist es eigentlich immer empfehlenswert, ihm also die Perspektive zu geben, okay, warum soll er Krafttraining machen und wobei hilft es ihm und da muss man einfach der Person den einen Punkt präsentieren in der Begründung für Krafttraining, die für ihn relevant ist, ne, für meine Mutter zum Beispiel ist jetzt nicht relevant, 100 Kilo Kniebeugen zu machen, ne, das ist so ein kleines Ziel, das ich habe, als ihr Trainer, aber, ne, da ist es vielleicht nicht so relevant, wobei du jetzt, wenn jetzt so ein 16, 17-Jähriger zu dir kommt und du sagst, hey, wenn du so viel Kniebeugen kannst, guck mal, wäre doch voll geil, dass du voll deinen Freunden damit angeben kannst, ey, als 16-Jähriger hast du eine supergeile Begründung, ne, also funktioniert voll, so, das ist halt so eine Sache, ne, und da müssen wir noch drüber reden, okay, ist dein Krafttraining wirklich das, ähm, das beste Training oder gibt es noch was anderes? Oh, Stille, was ist los? Stille ist nicht gut, Jungs. Stille ist auch gar nicht gut, vor allen Dingen nicht beim Podcast. Ich bin noch nicht so gut im Podcast geben drin, deswegen kommt bei mir häufiger Stille auf. Ja, man merkt das. Ja, ist doch alles gut. Ich sage, also, in meinem Revue-Pass hinlassen sage, Krafttraining ist eigentlich das Nonplusultra. Für mich, meiner Meinung nach, ist so, also aus meiner Perspektive heraus ist es das, was jeder eigentlich anstreben sollte, Krafttraining, aus dem Grunde, was du schon erklärt hast, allein Stabilisation der Gelenke, das passiven, ähm, passiven Bewegungsapparats, optimal. Also es gibt für mich eigentlich nichts Besseres, als das zu tun, weil alles, jegliche Bewegung, einfach für uns Menschen wichtig ist, wir sind dafür geboren, um uns zu bewegen und, man muss es ja nicht übertreiben, ja, wie die, äh, wie, ähm, die Strongman, die es ja wirklich übertreiben, aber, Krafttraining an sich ist, wie ich auch in meiner Familie sehe und persönlich gesehen habe, das Nonplusultra, um langfristig, gesund zu bleiben, sich gut bewegen zu können und sich wohl zu fühlen, ganz einfach. Das ist mein Resümee aus der ganzen Sache. Ich sehe das Ganze genauso, ich würde aber vorher erst mal sagen, erst mal sollen sich die Leute bewegen und nicht erst an den Gedanken entsprechenden Zeit, äh, verbringen, sich irgendwie körperlich aufzubauen, wenn denn die Schmerzen erst eingetreten sind, sondern schon frühzeitig irgendwas zu machen und da reicht ja auch, verurteilt mich, keine Ahnung, aber vielleicht ist es auch Yoga oder sowas. Das ist ja auch letztendlich irgendwo, ähm, Gelenkpositionen einnehmen, die man über den Alltag nicht so häufig einnimmt, wenn man am Schreibtisch sitzt und da irgendwo eine Spannung aufrechterhalten, ne, ähm, das ist ja auch mal schon mal der erste Weg oder ein guter Anfang und Krafttraining ist natürlich, über, so im übertragenen Sinne ist es letztendlich sich irgendwo widerstandsfähiger machen, seinen Körper auftrainieren und da nicht nur die Muskulatur auftrainieren, sondern auch die passiven Strukturen wie Bänder und Sehnen, die dann letztendlich auch für irgendwelche Hobbysportler wichtig sein könnten oder für Leistungssportler. Ich meine, nicht ohne, nicht ohne Hintergrund machen jetzt auch viele, beziehungsweise ist, meine ich jetzt auch bei Spielsportmannschaften im professionellen Bereich ja auch Krafttraining essenzieller Bestandteil von einem Plan. Es ist nicht mehr so, dass man nur noch laufen geht und halt sein Spiel am Wochenende hat und einen Ball in die Mitte wirft im professionellen Bereich, sondern das Krafttraining, unilaterales Krafttraining wie eine bulgarische Split, Bulgarian Split Squad beispielsweise oder dergleichen, essenzieller Bestandteil ist, um einfach das Knie schon darauf vorzubereiten, was kommen könnte, wenn mir mal jemand ins Bein reingriegt. Also ich habe immer diesen Fußballer-Background, aber wenn mir jemand da reingriegt, dass die passive Struktur, die Sehne das schon entsprechend wahrscheinlicher aushalten kann, das ist nie eine Garantie, als wenn sie kein Krafttraining gemacht hätte. Und wie du schon sagtest, Fritz, es ist mal die Frage auch, was für, was für, was man für eine Intention verfolgt, eine hunderter Kniebeuge von seiner Mutter, ist jetzt nicht irgendwie großartig notwendig, aber es kann jederzeit mal passieren, um jetzt mal den Kreis zu schließen, dass man mal irgendwie einen kleinen Unfall hat, man legt sich selbst auf die Nase auf dem Fahrrad oder man wird angefahren, was weiß ich was und da ist es super, super oder beziehungsweise definitiv von Vorteil, wenn man einen starken Körper hat, im Sinne von eine auftrainierte Muskulatur, dass man sich gut bewegen kann, dass entsprechend auf die passiven Strukturen widerstandsfähig sind, um halt entsprechend maximal wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon zu gehen, wenn man einen Unfall hat oder ähnliches passiert. Deswegen ist Krafttraining auch für mich unterm Strich das Go-To, um halt nachhaltig gesund sich bewegen zu können und dann halt entsprechend auch leben zu können und bitte vorher und nicht jetzt zu spät, wenn Schmerzen eintreten. Okay, ich würde da zusammenfassen. Also ich würde gerne vorher anfangen, das Beste, das Wichtigste für den Menschen ist Bewegen. Das Wichtigste für den Menschen nachhaltig ist, sich bewegen zu können mit dem eigenen Körpergewicht in Relation und zu Schwerkraft und in seiner Umwelt. Das heißt, der beste und nachhaltigste Sport für nachhaltige Gesundheit sollte erstmal da anfangen, wie funktioniert unser Körper primär und das ist unser kardiovaskuläres System und danach kommt Bewegen oder auch schon davor und damit. Das heißt, der beste Sport, um nachhaltig gesund zu sein, sich vor Zivilisationskrankheiten davon fernzuhalten und dem, ich sag jetzt mal, gesellschaftlichen Trend durch die Lappen zu gehen, wäre erstmal alles, was mit Bewegen und Kardio zu tun hat. Also Laufen, Laufen ist die Nummer eins, der Nummer eins Weg, der Nummer eins Sport für eine nachhaltige körperliche und viszerale Gesundheit. Kardiotraining ist das Beste dafür, um Energie zu verbrennen, Fett zu verbrennen und sich sehr viel zu bewegen gegenüber der Schwerkraft. Darüber hinaus, wenn das gemacht wird und wann das in der Perspektive ist und das darf nicht fehlen, ist Krafttraining, gezieltes Krafttraining und auch kombiniertes Krafttraining mit Kardiotraining der beste Weg, diesen Puffer und diese Fähigkeit, diese Widerstandsfähigkeit auf das nächste Level zu bringen. Wofür man das dann macht? Für seinen Sport, um gut auszusehen oder um einfach nur, ich sag jetzt, also einfach nur gut leben ist ungefähr die größte Lüge, wenn jemand zu dir ins Studio kommt und sagt, ich will gar nicht gut aussehen, ich will einfach nur gesundheitlich und schmerzfrei sein. Ich glaube da nie dran. Ich finde, es ist sehr löblich, das zu sagen, aber in der Regel ist es, entweder will ich selber stärker sein, ich möchte keine Schmerzen mehr haben oder ich möchte besser aussehen und diese Begründungen machen es viel leichter, dann darüber zu sprechen, warum die wirklich trainieren und da bin ich am besten Überzeugen. Das ändert überhaupt nichts an dem Trainingsprozess, dass man da mal ehrlich ist. Das ändert überhaupt nichts, aber das Wichtigste ist zu sehen, kardiovaskuläre, also die Fähigkeit, unser Herz-Kreislauf-System nutzen zu können, ist das Wichtigste. Danach kommt, die Fähigkeit zu haben, unsere Gelenke und Muskeln in Notfallsituationen nutzen zu können. Das ist dann schon wieder Kraft- und Maximalkrafttraining. Wenn wir fallen, wenn wir runterfallen, wenn wir mal, keine Ahnung, schnell das Kind schützen müssen, wenn wir mal irgendwas wegstoßen müssen, wenn wir mal einen Unfall haben, dann ist es besser, mit mehr körperlicher Belastbarkeit in eine Situation zu gehen, als mit weniger. Dementsprechend ist Krafttraining dann auch, auch weil es so ein übergeordneter großer Begriff ist und den kann man soweit bringen, natürlich das beste Tool dafür, A, sich von Verletzungen zu erholen und B, Verletzungen vorzubeugen. Das ist alles irgendwo dann ähnlich oder das Gleiche. Wichtig, diese Kardiokomponente, damit meine ich jetzt nicht, du gehst auf den Stepper und du gehst deine Schritte da hoch und du gehst jetzt auf den Treppentrainer und bewegst dich nicht. Damit meine ich, du nimmst mal deine Beine in die Hand und läufst mal eine Runde durch den Wald und stolperst sechs Mal nicht und diesen sechs Mal wurdest du motorisch so viel besser, weil du nicht hingefallen bist, sondern weil dein Gehirn gelernt hat, hey, ich kann das abfangen, hey, ich kann mich hier schützen, hey, ich kann mich hier bewegen. Bewegen und Bewegungsvariation ist das Beste dafür, nachhaltig gesund leben zu können. Deshalb ist ja auch die Idee von Crossfit in der Lage zu sein, seinen Körper zu benutzen, ganz viele verschiedene Bewegungen zu machen und ganz viele Kompetenzen zu haben, das Nonplusultra, wenn es darum geht, gut auszusehen, keine Schmerzen zu haben und sich stetig weiterentwickeln zu können. Das ist eigentlich das Wichtige und da geht es nicht um den neuen PR, aber es geht auch um den neuen PR, weil das bedeutet ja immer, okay, ich bin ein Stück weiter gekommen, egal in welchem Alter und Krafttraining gibt dir genau das. Während beim Laufen ich jetzt nicht sage, hey, du musst immer und immer und immer und immer schneller laufen, sage ich das beim Krafttraining auch nicht, aber du kannst immer schneller laufen und du kannst gleichzeitig auch immer stärker werden. Das ist nur eine Frage davon, welches Risiko trägt dein Trainingsaufwand dahingehend, dass du vielleicht anfängst, wieder Raubbau zu betreiben, dass du so viel dafür machst, da besser zu werden, dass an einer anderen Stelle, was dabei hinten wegfällt und es kann auch sein, dass du es absichtlich machst und du findest das geil, so wie ich das geil finde, schweres Gewicht zu bewegen und das ist völlig okay, aber man sollte sich immer im Klaren darüber sein, dass die Menge das Gift macht. Krafttraining kann das Beste sein für dein Leben, dafür, dass du keine Schmerzen hast, es kann aber auch dafür sorgen, dass du Schmerzen hast. Genauso kann Kardiotraining, aber das Wichtigste und das ist wichtig zu verstehen, sich nicht zu bewegen, den Körper nicht zu benutzen und dieses, ich sag jetzt mal, wir bleiben zu Hause und wir hängen in unserer Wohnung, essen nur das, was uns irgendwie in der Werbung präsentiert wird und hängen den ganzen Tag zu Hause ab, haben keine sozialen Kontakte und machen so den verbitterten Berliner Rentner, der dich dann ankackt, weil du im Halteverbot parkst, das ist schlecht. Das ist schlecht für dich, schlecht für deinen Körper, schlecht für deine Seele und auch schlecht für alle um dich herum, denen du damit auf den Sack gehst. Was ich damit sagen will, nichts machen bringt nichts und nichts machen macht nichts besser und nichts machen macht dich nur schlechter und deshalb macht Sport. Finde ich super. Ich glaube, das war echt eine runde Sache heute, das hat mir sehr gefallen mit euch beiden, das war echt eine coole Sache, cooler Austausch. Ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht sogar häufiger machen würden, so in so einer Runde mal mehr. Das hängt von dir ab. Ja, ist sehr gut, ich habe es verstanden. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Das war eine geile Runde. Sagt uns einfach mal, wie ihr es euch gefallen habt. Sollen wir nochmal so eine Runde bringen? Vielleicht auch nochmal, vielleicht mit Mina oder so oder keine Ahnung was. Oder mit Kaliper. Oder mit Moritz. Oder mit Moritz. Also wie gesagt, sagt uns einfach Bescheid, wie ihr es fandet. Uns hat Spaß gemacht. Wir würden uns freuen über ein Feedback überall. Sagt uns, schreibt uns und Nico, du darfst auch noch gerne dein Feedback dazu geben? Ja, war neu, aber sehr schön, der Dreier, muss ich echt sagen. Also würde ich gerne nochmal machen. Wir haben sogar gefilmt. Wir haben sogar gefilmt, ja genau. Also zeigt uns gerne, wenn ihr das cool fandet. Wenn ihr Themen habt, wir haben jetzt in letzter Zeit häufiger bei unseren Instagram-Kanälen mal nach Themen gefragt, so eine Fragerunde quasi als Story gemacht. Gerne da vorbeischauen, mal ein bisschen Senf dalassen, euch, ja, eure Ideen dalassen und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, ich mache das letzte Wort, Sebastian verabscheut sich jetzt wieder und ich hoffe, wir hören uns hierbei wieder in neuen Episoden auf dem Berdien-Babel-Podcast und in diesem Sinne, tschüss. 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 Tschüss.